Okay, herzlich willkommen zurück heute mit einem, ja, einer kleinen Demo-App, die wir mal selber schreiben wollen tatsächlich. Und dazu werden wir jetzt als allererstes hierher gehen und alles löschen. Krass, oder? Ja, was wir machen wollen, ist, wir wollen hier tatsächlich eine App schreiben und zwar eine App, die einfach ein bisschen anders aussieht, damit ihr ein kleines bisschen Gefühl dafür kriegt. Ich werde euch natürlich die einzelnen Teile noch vorstellen, aber heute eigentlich was relativ Simples. So, wir wollen als allererstes auch mal lernen, wie wir externe Pakete benutzen können, denn ihr müsst nicht alles selbst schreiben. Es gibt Dart-Packages, Dart ist die Programmiersprache, hier auf pub.dev. Das ist quasi wie die Paketverwaltung für Dart, ja, das heißt sowas wie PyPy, nur für Dart eben. Und ihr könnt euch hier wirklich alles aussuchen, also es gibt unfassbar viele, es gibt Top-Dart-Packages, es gibt Top-Flutter-Packages, Most-Popular-Packages und so weiter und so fort. Ihr seht, wir haben hier sogar eine Clock, die man irgendwie faken kann und so weiter und so fort. Und ich werde euch da natürlich noch das ein oder andere vorstellen, je nachdem, wie gut diese Serie dann natürlich auch bei euch ankommt. Das heißt, immer schön natürlich weitergucken. Und natürlich wollen wir mit etwas eher Sinnfreiem anfangen, sage ich jetzt mal, bevor wir mit einem richtigen, wertvollen Paket anfangen. Aber ich muss euch natürlich zeigen, wie ihr das denn benutzen könnt. Denn welche Pakete ihr verwendet, das findet ihr in pub.spec.yaml. Hier sehen wir, dass wir sehr, sehr viele Informationen hier drin haben, die wir vielleicht noch nicht verwenden wollen. Und wir sehen hier auch, was für Dependencies bzw. was für Packages wir schon haben. Und zwar aktuell gerade hier die Cupertino-Icons, die wir natürlich auch schon verwendet haben, mit dem Plus-Icon zum Beispiel. Aber wir wollen jetzt hier das Package Superhero einfahren. Also Super-Boden-Hero und zwar in der Version 1.0.1. Das ist die aktuelle Version, zumindest zum Zeitpunkt dieses Videos hier. Ich weiß nicht, wann ihr das guckt. Könnt sein, dass sich das natürlich ändert. Dann könnt ihr aber einfach nach Superhero suchen und dann findet ihr ein Paket, was das Ganze beinhaltet. So, problematisch wird es jetzt allerdings, wenn wir das Ding benutzen wollen, weil, naja, wir können es halt noch nicht benutzen, ohne es vorher zu installieren. Und das bedeutet, wir müssen es vorher installieren, was wir über die PowerShell machen. Bzw. wir sehen hier auch, direkt pub.spec has been edited und wir machen hier getDependencies. Und dann sehen wir, wir starten hier direkt Flutter.pub.get. Das ist dann quasi die, eigentlich die IDE, bzw. die IDE stellt euch ja auch was zur Verfügung, was ihr hier dann runterladen könnt und was dann eigentlich alles für euch macht. Ich möchte es allerdings nochmal ganz kurz zeigen, wie das wirklich aussehen würde. Und zwar, die Flutter.bud, ja, schön und gut. Wir wollen das, wir haben Flutter ja tatsächlich absichtlich in unseren Systempfad eingefügt. Das heißt, wir wollen hierher gehen und in dem Ordner Demo-App, also da, wo unsere App drin ist, machen wir mal Shift-Rechts-Klick und öffnen PowerShell. Oder je nachdem, auf welchem System ihr seid, dann eben Terminal. Und der Befehl dafür ist, wenn ihr unter Flutter seid, also wenn ihr nur Dart haben wollt, dann nehmt ihr natürlich Dart statt Flutter. Aber wir sind hier unter Flutter, das heißt, wir machen hier Flutter.pub.get. Und ja, hier wird dann einfach alles runtergeladen, das heißt Running und so weiter und so fort. Und dann wird überprüft, ob alle Dependencies runtergeladen sind und ja, dann haben wir eigentlich alles. Natürlich tut das hier im Endeffekt genau dasselbe und es funktioniert auch genau gleich. So, wir können das jetzt hier verwenden, indem wir einfach das Ganze als Import angeben, so wie wir quasi Material auch importiert haben. Das heißt, Import Package und wir sehen hier, was wir schon kennen, Flutter slash Material.dat. Ja, das ist nichts Unbekanntes, am Ende muss immer ein Semikolon hin bei jeder Zeile, die wir verwenden wollen. Und wenn wir es nicht verwendet haben, dann wird das Paket grau, das bedeutet, hey, das ist unnötig, lass das. Wir werden es aber noch verwenden, keine Sorge. So, als nächstes sagen wir hier, wir wollen das nächste Paket, Paket, inkludieren und zwar Package, Doppelpunkt. Ihr seht, es gibt auch so Sachen wie Async oder sowas. Wir wollen Superhero verwenden und zwar Superhero.dat. Und das finden wir in dem Paket Superhero und die Datei, die wir haben wollen, ist Superhero.dat. Das sind diese berühmten Pakete, die ich euch schon gesagt habe und die sind wirklich sehr hilfreich. So, und als nächstes wollen wir natürlich eine kleine Superhero-App machen, okay? Das heißt, wir wollen hier quasi mal uns Namen generieren lassen von einem Superhero. Und zwar sagen wir hier Void-Main, wie wir es auch schon gewohnt sind. Und ja, hier kann man jetzt bei der Void-Main ein bisschen kreativ werden, denn man kann diese Void-Main auch direkt einfach ausführen lassen, wenn man nur eine Zeile hat, auf Run-App. Das ist das, was ich normalerweise eher schreibe. Und was wollen wir machen? Naja, wir wollen einen, ja, wir können sie auch eigentlich einfach wieder MyApp nennen. Ups, ich brauche mal nicht tippen. MyApp, so, Klammer, Klammer nicht vergessen. Und ja, natürlich gibt uns das einen Fehler hier, weil wir diese Klasse MyApp noch nicht fertig haben. Und hier hinten dran natürlich auch ein Semikolumn noch fehlt. Und diese Klasse MyApp, die muss jetzt natürlich auch wieder was extenden, und zwar StatelessWidget. Das kennen wir auch schon vom letzten Video. So, was genau StatelessWidget jetzt braucht, ist natürlich die Funktion. Im Endeffekt kriegt ihr hier alles vorgeliefert, okay? Wir müssen einige Sachen overwriten, und zwar diese Missing Function müssen wir hier auch overwriten. Das passt perfekt. Und ja, jetzt müssen wir hier natürlich noch implementieren. Ansonsten kriegen wir hier einen Fehler. Ihr seht, Throne kann man auch. Es hat sehr große Ähnlichkeiten zu Kotlin und Java, das Dart. Deswegen, was ich vielleicht noch erzählen sollte, ich habe mich hier dagegen entschieden, wirklich eine komplette Dart-Reihe zu machen, weil eigentlich so vieles so ähnlich ist zu Kotlin, dass man hier nicht wirklich was extra braucht. Wenn ihr eine separate Reihe zu speziell nur Dart haben wollt, dann dürft ihr mir das sehr gerne schreiben, aber es kann gut sein, dass ich andere Prioritäten erst mal habe, weil ich finde, so kann man es auch ganz gut lernen, wie Dart eigentlich funktioniert. Und deswegen habe ich mich jetzt irgendwie erst mal zumindest dagegen entschieden. Ihr könnt aber, wie gesagt, mir schreiben, wenn ihr das wollt. Okay, was wir jetzt hier haben wollen, ist zunächst einmal eine kleine Material-App. Wieder mal, dass unser... Ah, Material ist schon gar nicht mehr so. Okay, also wir sagen hier, wir wollen eine Material-App. Material-App. App. So, und am Ende Semikolon nicht vergessen. So, diese Material-App soll jetzt einige Dinge beinhalten. Was braucht denn eine Material-App immer? Naja, ein Title. Okay, Title soll bitte was sein? My Superhero Picker. So was in die Richtung. Okay, nächstes ist, was soll denn unser Home-Screen sein? Also wo wollen wir quasi landen, wenn wir das Ding starten? Naja, da sagen wir, wir wollen ein Scaffold erstellen. Das ist das, was ich euch schon gezeigt hatte. Das kann man super gut als Standard nehmen. Und dieser Scaffold soll bitte eine App-Bar enthalten. Zu der App-Bar mache ich ein separates Video. Das ist, wie gesagt, das Ding oben. Und die soll bitte einen Titel enthalten. Title. Und zwar mit Text. Welcome to my Superhero Picker. Okay. So, und anschließend nach der App-Bar. Das wird mir auch schön in dem Kommentar hier angezeigt. Das ist übrigens kein echtes Kommentar. Das steht da eigentlich nicht. Das wird mir nur angegeben, damit ich weiß, von wo bis wo die App-Bar gehört. Das heißt, ich muss hier quasi unter den Scaffold gehen. Nicht unter die App-Bar, sondern unter den Scaffold. Und hier drunter sage ich dann, hey, ich hätte ganz gerne aber noch was im Body drin stehen. Das heißt, wir sagen hier Body Doppelpunkt. Body Doppelpunkt? Was ist los mit dir? Okay. Und wir wollen natürlich hier Center haben. Und ein Komma hinten dran auch wieder. Sonst funktioniert das nicht. Äh, Quatsch. Wir wollen natürlich in den Scaffold noch rein. Deswegen funktioniert es nicht. So, hier. Wir wollen natürlich oben die App-Bar haben. Und in den Body von unserem Scaffold wollen wir natürlich hier das Center reinpacken. Mit einem, ja, einem Inhalt. Und dieser Inhalt soll erstmal sein, natürlich ein Child. Ähm, und das soll den Text beinhalten. Naja, was für einen Text wollen wir? Wie wäre es denn mit Bodenstrich, ähm, Superhero? Beziehungsweise eigentlich nicht Bodenstrich. Bodenstrich übrigens in Dart, beziehungsweise in Flutter ist für private Variablen. Wir wollen aber direkt einfach auf Superhero zugreifen. Und das können wir machen, indem wir hier Superhero.random nehmen. So, Superhero.random liefert uns einfach einen zufälligen Superhelden. Das ist eigentlich genau das, was wir jetzt hier brauchen können. So, jetzt starten wir das Ding mal und warten mal wieder. Und während das Ganze hier dauert, das braucht nämlich eine Weile. Ja, in der Zeit könnt ihr ja einfach mal bei GetInIT vorbeigucken und dort ein Profil anlegen. Denn bei GetInIT kommt ihr super in einen IT-Job. Ihr seht, es gibt über 5000 offene IT-Jobs und ihr könnt hier einfach eure Profile anlegen. Und ja, ihr seht, es gibt wirklich viele tolle Firmen, wo man arbeiten kann. Und ihr könnt gerne aktualisieren, es sind jedes Mal andere. Und tatsächlich, wenn ihr hier ein Profil anlegt, einfach über das Profil gehen und dort alles ausfilmen und natürlich eure Skills anlegen. Wir haben hier zum Beispiel Dart und Flutter schon eingetragen. Und natürlich eure Sprachkenntnisse, Studium, Ausbildung, Perspektiven, Praxiserfahrung, Lebenslauf, Links etc. Einfach alles eintragen. Dann habt ihr eine sehr, sehr hohe Chance, dass die Firmen sich tatsächlich bei euch bewerben. Das heißt, ihr müsst euch nicht bewerben, sondern die Firmen machen das bei euch. Denn die Firmen wollen euch haben. Ihr müsst eben nur auffindbar sein. Und dafür finde ich GetInIT wirklich super. Denn für euch ist das Ganze komplett kostenlos, aber ihr findet trotzdem sehr, sehr guten Job. Darüber haben schon viele bei mir auf dem Kanal mir geschrieben, hey, ich habe einen Job gefunden über GetInIT und deswegen finde ich das auch so toll, dass ich das immer wieder bewerben darf. So, und wenn ihr das jetzt natürlich gemacht habt, dann wird wahrscheinlich auch euer Emulator soweit fertig sein. Und hier bekommt ihr schon eure eigene Superhero, äh, euren Superhero-Namen sozusagen angezeigt. Schreibt mir gerne mal den Namen, den ihr hier bekommen habt. Und ich bin gespannt, was da alles rauskommt. Es sind sehr, sehr viele dabei. Jedes Mal, wenn ihr das Ding natürlich hot reloadet oder startet, dann wird da natürlich ein anderer angezeigt. Also jetzt bin ich gerade Morgan Stark, ja. Aber ja, ich finde das eine coole Idee. So, natürlich ist das jetzt nichts Besonderes, aber es ist eure erste eigene App und es ist relativ einfach zu bauen. Wir wollen jetzt allerdings natürlich das Ganze noch ein bisschen weiterführen und zwar in den nächsten paar Videos, ähm, wollen wir hier erstmal eine Liste mit Namen haben. Dann könnt ihr hier vielleicht auch noch so kleine Herzchen oder sowas ran machen. Und ich glaube, das ist so als kleine Demo-App, die ihr mal selber gebaut habt, eine ganz coole Sache. Und danach gehen wir tatsächlich an die einzelnen Funktionen, wenn ihr ein bisschen warm geworden seid mit dem Framework. Und dann können wir hier sagen, hey, wir machen jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, ähm, Richtung diesen Bereich, diesen Bereich. Ich werde das Ganze hier auch wieder dynamisch aufziehen. Das bedeutet, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ihr dringend noch genauer kennenlernen wollt, dann schreibt ihr mir das und ich mache für euch dann quasi diese Videos danach. Also quasi, ja, auf eure Anfragen sozusagen, wenn ihr das wollt. Okay, aber jetzt bauen wir erstmal diese wunderschöne App hier weiter und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.